Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich kann es eigentlich relativ kurz machen, denn die Diskussion um den Einsatz von Tesern ist nicht neu. Ich sage Tesern, weil mir dieses Wort Distanz-Elektro-Impulsgerät einfach zu sperrig und zu lang ist. Also sehen Sie es mir nach. Ja, genau. Ich möchte es ja auch kurz halten, habe ich ja gesagt. Ich finde es definitiv richtig und gut, dass man im Laufe der Zeit auch immer wieder überprüft, ob man seine Polizei auch mit den richtigen Einsatzmitteln ausstattet. Das gehört dazu, das ist unsere Aufgabe. Ist also keine Frage, sonst würden wir heute nämlich immer noch mit der Gummiewurst und der Knebelkette rumlaufen. Bei den Tesern ist es allerdings so, dass mir das noch nicht so richtig ausgewogen genug ist. Wir wissen zum Beispiel auf jeden Fall, dass es ein Mittel ist, das man auf Distanz gut anwenden kann. Wenn es zum Beispiel um Geisellagen geht oder auch um Suizidversuche, da kann ich das gut anwenden. Das ist keine dynamische Bewegung. Aber sobald da ein bisschen Dynamik in den Einsatz kommt, ist die Anwendung schon wieder ein bisschen schwieriger und problematischer. Vor allen Dingen weiß man auch noch nicht so genau, welchen Einfluss das auf Herzkranke haben kann. Das sind auch, glaube ich, Dinge, die man auf jeden Fall mit in Betracht ziehen muss, wenn man diese Dinge in den vermehrten Einsatz bringen will. Ich halte dieses Einsatzmittel grundsätzlich für keine schlechte Idee. Aber der Innenminister hat aufgezeigt, dass auch er sich dann noch auf Studien berufen will, die noch nicht fertig sind. Und er schon seit Jahren dran ist. Die Spezialeinheiten haben dieses Gerät schon. Und selbstverständlich müssen wir dann, das ist natürlich eine Frage, die sich eigentlich gar nicht stellt, auch dann über die Ausbildung sprechen. Polizeibeämte werden an allen Hilfsmitteln und Waffen, die sie tragen, auch natürlich entsprechend ausgebildet. Also die Frage stellt sich natürlich in dem Sinne auch überhaupt gar nicht. Also demnach finde ich den Weg des Innenministeriums dort richtig. Ich kann das nur unterstützen und würde gerne abwarten, was die letzten Untersuchungen dort zu dem Thema ergeben würden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die Fraktion der AfD.